Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin der Mats und ihr seht eine neue Folge Let's Denk. Am 17. Oktober ist der internationale Tag für die Beendigung der Armut. Und auch wenn wir in Deutschland damit eher weniger Probleme haben und extrem wenige Menschen wirklich arm sind, also zum Beispiel hungern müssen, sieht das in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Etwa 700 Millionen Menschen weltweit leben in extremer Armut. Sie haben also weniger als 1,90 Dollar pro Tag zum Überleben. Wenn man die multidimensionale Armut betrachtet, sind davon sogar 1,45 Milliarden Menschen betroffen. Das heißt, dass ihnen zum Beispiel Bildung, Gesundheit oder Lebensstandards fehlen. Egal ob man die Armut jetzt monetär oder multidimensional misst, sie konzentriert sich ganz eindeutig auf zwei Punkte auf der Welt. Einmal Asien und einmal Sub-Sahara-Afrika. Da fragt man sich doch, was wir als relativ wohlhabendes Land eigentlich dagegen tun können. Nun ja, die UN hat 2015 zur Bekämpfung der Armut die sogenannte Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Darin enthalten sind 17 Nachhaltigkeitsziele, die sich die internationale Gemeinschaft selbst gesetzt hat, die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs. Diese Ziele überhaupt einmal zu formulieren, ist schon das Ergebnis eines sehr langen Prozesses. Es wurde zum Beispiel eine Arbeitsgruppe aus über 70 Ländern gebildet, Umfragen durchgeführt und zu einzelnen Themen wurde auch externe Beratung hinzugezogen. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerzielen, den Millennium Development Goals, verfolgt die Agenda 2030 eine sehr nachhaltige und ganzheitliche Ausrichtung. Es gibt eine soziale Dimension, zum Beispiel die soziale Absicherung für alle, eine ökonomische Dimension, zum Beispiel nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachstum, und eine ökologische Dimension. Das beschäftigt sich vor allem mit der Bekämpfung der Ursachen und der Konsequenzen des Klimawandels. Ziel Nummer 1 der Agenda 2030 ist übrigens nichts Geringeres, als die Armut in jeder Form und überall zu beenden. Wie das konkret aussehen kann, ist erstmal schwer vorstellbar, deshalb möchte ich euch das jetzt anhand eines Beispiels kurz zeigen. In Indien gehören die Kosten von medizinischen Behandlungen zu den häufigsten Gründen, warum Familien in den Teufelskreis aus Armut und Schulden abdriften. Schätzungen zufolge verarmen jedes Jahr 63 Millionen Menschen allein in Indien daran, dass sie sich medizinische Behandlungen nicht leisten können. Insgesamt leben in Indien 22 Prozent der Einwohner in extremer Armut. Bezieht man die anderen Faktoren noch mit ein und errechnet die Zahl für die multidimensionale Armut, kommt man bei sogar 54 Prozent aus. Das ist nicht nur mehr als die Hälfte der Bevölkerung, das sind auch 700 Millionen Menschen. So toll die Entwicklung von Indien in manchem Bereich sicherlich sein mag, so sehr hängt es in einigen anderen, gerade den sozialen Bereichen, doch noch hinterher. Insbesondere bei der Lebenserwartung, der Kindersterblichkeit und Ausbildungschancen von Mädchen. In Indien sterben zum Beispiel 48 von 1000 geborenen Kindern noch vor ihrem fünften Geburtstag. In Deutschland sind das gerade einmal vier. Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass Indien nur 1,4 Prozent seines BIPs in das Gesundheitswesen investiert. Zum Vergleich, in Deutschland sind das 8,7 Prozent, also mehr als fünfmal so viel. Dazu kommt außerdem noch, dass in Indien über 90 Prozent der Erwerbstätigen ohne Vertrag und auch ohne soziale Absicherung arbeiten müssen. Natürlich gibt es in Indien auch Sozialprogramme, die scheitern aber heute immer noch oft an ganz klassischen Hürden. Einmal Bürokratie, dann Korruption und auch ganz stark eine Diskriminierung, zum Beispiel von Frauen oder Menschen, die keiner Kaste zugehörig sind. 2008 gab es dann mit dem Unorganized Workers Social Act endlich ein Gesetz für die Sicherung von armen Familien. Das beinhaltet eine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung und eine Unfallversicherung und ist spezifisch für die Ärmsten des Landes gedacht. Als Deutschland 2011 begann, das Projekt zu unterstützen, gab es in ganz Indien gerade einmal drei zuständige Mitarbeiter und eine ganze Menge Herausforderungen. Die Zielgruppe kann zum Beispiel oft überhaupt nicht lesen oder hat keine feste Adresse. Dazu kommt die Diskriminierung von Frauen und Kastenlosen. Benötigt wurde also ein System, was vollkommen ohne Formulare und ohne Barzahlungen auskommen kann. Die Lösung dazu war eine Chipkarte, auf der bis zu fünf Familienmitglieder sich registrieren können und so auf das gesammelte jährliche Versicherungsguthaben Zugriff erhalten. Einmal im Krankenhaus muss dann diese Karte nur noch vorgezeigt werden und die Abrechnung erfolgt automatisiert direkt mit der Versicherung. Der Kranke hat also mit der Abrechnung nichts mehr zu tun. Das sorgt im Nebeneffekt auch dafür, dass Betrug stark eingedämmt werden konnte. Denn rechnet ein Arzt ungewöhnlich viele Behandlungen ab, fällt das in den digitalen Daten sofort auf. Mit einem Budget von insgesamt 12 Millionen Euro hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit dieses Projekt unterstützt. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat in dem Zuge insbesondere Politikberatung geleistet, Monitoring und Evaluation gestärkt und informell Beschäftigte über ihre Möglichkeiten aufgeklärt. Der jährliche Beitrag für die Versicherung liegt bei ungefähr fünf bis sechs Euro und wird von der Regierung gezahlt. Die Anmeldegebühr sind gerade einmal 40 Cent. Inzwischen ist das Projekt ein voller Erfolg geworden. Über 10.000 Krankenhäuser akzeptieren die Chipkarte, es gibt 135 Millionen Versicherte, die vorher keinerlei Absicherung hatten und über 10 Millionen Behandlungen wurden schon erfolgreich abgerechnet. Interessant aber ist, dass die Zahl der Krankenhausbehandlungen von Versicherten doppelt so hoch ist wie der nationale Durchschnitt. Viele notwendige Behandlungen werden also erst durch die Versicherung überhaupt möglich gemacht. Spannend ist außerdem der Aspekt der Gleichberechtigung. In der indischen Kultur ist es nämlich noch oft so, dass der Mann über das Geld entscheidet und die Frauen sich zum Beispiel bei Banken auch quasi kein Geld leihen können. Frauen sind deshalb sehr abhängig davon, dass ihr Mann eine nötige Behandlung überhaupt bezahlen möchte. Weil das System mittlerweile aber bargeldlos funktioniert, können Frauen endlich auch ohne Mann ins Krankenhaus gehen. Eine Versicherte sagt dazu, eine Frau kann jetzt endlich alleine entscheiden, ob sie ins Krankenhaus geht und sich behandeln lässt. Sie ist nicht mehr auf die Hilfe anderer angewiesen und braucht auch keine Erlaubnis mehr. Niemand wird sie zur Rede stellen, solange sie der Familie keine finanzielle Bürde auflastet. In Zukunft soll die jetzt erfolgreich eingeführte Chipkartentechnologie noch erweitert werden und zu einer Art Sozialkarte mit anderen Sozialleistungen ausgebaut werden. Das würde ermöglichen, dass man nicht mehr für alles einen Antrag stellen muss und auch Korruption bei Sozialleistungen viel effektiver bekämpft werden könnte. Man sieht also, an vielen Orten der Welt wird heute schon tolle Entwicklungsarbeit geleistet, auch mithilfe von Deutschland. Allerdings ist die Armut deshalb noch lange nicht besiegt und es liegt noch ein sehr weiter Weg vor der internationalen Gemeinschaft. Der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela hat die Situation in sehr passende Worte gefasst. Auch in diesem neuen Jahrtausend leben immer noch Millionen von Menschen aus den ärmsten Ländern der Welt gefangen, versklavt und in Ketten. Sie sind gefangen von Armut. Wie die Sklaverei und die Apartheid ist Armut nicht natürlich, sie wurde von den Menschen geschaffen und kann deshalb überwunden sowie durch geeignete Maßnahmen ausgerottet werden. Die Beseitigung der Armut ist kein Akt der Barmherzigkeit, sondern der Gerechtigkeit. Es ist der Schutz eines fundamentalen Menschenrechts, des Rechtes auf Würde und ein anständiges Leben. Solange es Armut gibt, kann es keine wahre Freiheit geben. Wenn euch weitere, teils auch persönliche Videos zum Thema Armut interessieren, schaut doch mal bei der Videoaktion des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorbei. Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und dem Entwicklungsministerium ist übrigens auch dieses Video entstanden. Solltet ihr zu dem Projekt in Indien weitere Informationen haben wollen, habe ich euch dazu natürlich auch was in der Beschreibung verlinkt. Damit war es es auch soweit von mir. Ich bin der Mats, hoffe es hat euch gefallen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020